herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar heute wieder im autojack simulator und zwar fahren wir heute von graz nach salzburg also das heißt wir sind heute mit diesem schönen mann heute in österreich unterwegs und zwar wir liefern heute erz 25 tonnen nach salzburg zur rt log oder irgendwie so heißt dieses unternehmen ja 251 kilometer deswegen schauen wir dass wir mal motor starten rang reingeben ja und let's go hier darf ich noch umschalten sieht man hier eher das gut ne so ja aufpassen dass wir hier nirgends ankommen heute habe ich vor richtig schön zu fahren war im letzten autojack simulator video das war ja ich glaube vor zwei wochen oder so ja keine ahnung in england unterwegs und ja ja das war dann halt irgendwie nicht so ich wollte realistisch waren habe es dann aber leider doch nicht geschafft und ja habe mich dann irgendwie ein bisschen verfahren deswegen konnte ich dann nicht mehr realistisch fahren so also dann jetzt sind wir auf der autobahn sind wir noch nicht aber wir sind auf der fahrbahn und bieten jetzt auch hier rechts nach links links ab und wir fahren weiter nach salzburg ui 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 gleich mal aufgesetzt ja ich schaue ja dass ich so mit der leise ich kein hau in der kurve fahrer ist zwar eh sehr schnell aber trotzdem wir wollen ja auch verdanken können so also dann geht es mal los ich glaube das ist jetzt aber dann sowieso das letzte video wo ich aus dem urlaub gekommen bin oder so ja also jetzt beschleunig wir gehen hier auf 80 km auf dieser österreichischen autobahn hier ist salzburg sind 269 km nach laut eurotagsimulater sollen wir in drei stunden und 32 minuten ankommen das wird nicht so ganz stimmen ja ich habe das in meinem allerersten video in meinem ersten autobahn simulater video gedreht äh gesagt äh ja und zwar dass ich welches lenkrad ich habe ja und da habe ich einfach nur gesagt das ist ich habe ein logitech g1 also ich hoffe dass es g1 ist weil es steht zumindest g1 oben ja ist aber ich bin zufrieden damit ich habe es jetzt schon seit keine ahnung seit einem jahr oder so ja ja mh es ist schön in der region hier ja ja hier sind noch immer 80 aber da stimmt wirklich also ich wohne ja in österreich äh da aber da stimmt wirklich dass hier sehr viele ähm dass hier irgendwie, wenn man da in den Alpen fährt, so viele Tunnels sind. Das ist ja auch verständlich, wenn man doch viele Berge fährt. Aber das ist dann schon schön, wenn man so beim Skiurlaub dann so bei den Alpen durchfährt, also zum Skiurlaub fährt und dann so durch die Alpen durchfahren muss. Ja, das finde ich schon schön. Äh, darf ich hier überhaupt durchfahren? Stand hier irgendetwas? Ja. Nächstes Mal schaue ich. Ich wusste, dass es hier hinten hat. Ja, ist mir jetzt egal. Ich kann nichts machen. Na und soviel zu, ich fahre heute der Alistische. Warum schaffe ich es nie? Sehr traurig. Ich habe vergessen, den Superzell. Ja, wow. Danke. Ja, ist schön, dass es sowas im Eudotox-Simulator gibt. Wo sind wir hier eigentlich jetzt überhaupt? Aha, Sankt Mitchell, wow. Kenn ich. Ne, kenn ich eben nicht. Hm. Aber der LKW, der sieht schon schön aus. nochmal, falls es wer vergessen hat, so sieht er aus. Sieht so wie so ein ganz normaler, schöner LKW aus. Oh, hier ist... Oh, Scheiße, das habe ich jetzt voll übersehen. Nein. Ich wusste, dass hier irgendwo eine Baustelle ist. Nächstes Mal schaue ich vielleicht besser. War ja... War ja richtig stupid. Egal. Also, wir können jetzt wieder beschleunigen auf 80 kmh. Scheibenwitzel hier auch ein bisschen schadend. Ja, egal. So, schauen wir mal, wieviel Schaden wir bekommen haben. 2%. Schöner ist natürlich 0%, aber trotzdem... Jetzt lass ich's dann mit der Außenperspektive. Außer hier haben wir noch einen, dann ist man nicht die. Hier war's die. Wow. Hätte ich mir... Sieht man besser. Ja, egal. Jetzt bin ich auch auf was Neues gekommen. Man kann hier die Kamera-Perspektive mit 1 zurücksetzen. Wow. Ja. Haben wir aber eh viele Simulationen. Aber ich find's immer schöner, wenn man so das ganze Lenker so ein bisschen sieht. Weil so sieht man auch besser, wie man mitlenkt und so weiter. So, was ist hier wieder? Tauchen halt hier alle plötzlich auf. Ja. Digital. Ne, hier mach ich's ja nicht noch. Boah, das ist aber schon ein schönes Panorama hier. Ja, das ist wirklich schön. Ich fahr hier auch einfach über da drüber. Schlimm. Ne, wieder 80 fahren. Dann lass ich das mal. Ja. Ist auch immer dann so wirklich schön, wenn man dann vor dem Auto sitzt und dann einfach so hier sieht, wie schön es hier ist. Wie schön das Panorama ist. Was mach ich hier eigentlich gerade? Das wollte ich nicht. den Bus wieder überholen. Ja, muss ich jetzt mal kurz Vollgas geben. Was ist das überhaupt eigentlich für ein Bus? Also, ja, es ist so ein bisschen mittelmäßig, was ich hier mach. Ich war jetzt gleich schöner. Wie spät haben wir das? Verbessert das Licht an. Wie ging das Licht? Also mit... Oh. Oh ja, war der Jog Simulator Profi. Ich habe Bremse-Shot. Also der hat den Tomat bremst nicht. Ui, bei der nächsten Tankstelle müssen wir mal ranfahren. Was sind eigentlich hier die Spritpreise? Und stopp. Äh. Oh. Mittelmäßig. Habe ich jetzt irgendwo rausgedrückt? Ich weiß es nicht. So. Ah ja. Überholt gleich. Zieht vorbei. Aber... Aber... Solche Mauern finde ich auch immer voll schön. Im Garten zumindest. Aber ja. Auf der Autobahn finde ich ein bisschen unnötig. Also... Vielleicht haben sie hier eh einen Nutzen. Aber sonst dann... Ja. Kann es sein, dass wir hier ein Tempo verlieren? Hier noch nicht abfahren. Wir müssen das beim nächsten abfahren. Ja, aber jetzt. Ach, Salzburg. Ah, es sind auch nicht mehr viele Kilometer. Das ist eine kürzeste Folge. Wahrscheinlich, weil nicht so viel dazwischen gefallen ist. Aber jetzt erst mal abbremsen. Ja, okay. Mit 20 kmh wollte ich hier dann auch nicht so rauffahren. Das ist irgendwie so. Ja. So, aber hier darfst du jetzt hier wieder 80 fahren. So, okay. So, okay, jetzt. Let's go. Jetzt wird aber schon dunkel. Wann müssen wir eigentlich hier sein? Dienstag. Ja, okay, wir könnten schon dort sein. So, jetzt schauen wir kurz, ob wir dann keinem reinfahren. Sieht gut aus. Aber Dienstag um 1,32. Ja, ich komme, glaube ich. Ja. Inwiegend so wenig Geld. Ja, ähm... Es hat mir Lupi Stinky gesagt, ich soll mehr in, äh, Dings investieren. In hochwertige Fracht. Weil es gibt ja irgendwie mehr Geld für weniger der Strecken oder irgendwie so. Keine Ahnung. Schmerztransporte? Ich weiß noch nicht, wie man Schmerztransporte fahren kann. Das finde ich noch zu blöd. Braucht man einen DLC oder so? Keine Ahnung. Weil er hat es eben seinem zweiten YouTube-Video schon gemacht, also... Ja. Okay. Na, wo ist eigentlich jetzt mal die nächste Dachstation? Das wäre jetzt noch mal Tankesbeutel. Na, wobei es geht noch, aber ansonsten... Ui, Unfall. Oder einer will einfach nur zum Spaß... ...dabe sein. Flugzeuge oder Vögel? Das ist ein Vögel. Ui, 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 die Polizei. Gleich mal besser fahren. Warum fahren wir eigentlich so schnell? Also, jetzt sind wir 80. Ja, hier fahre ich jetzt kurz rein. Und tank mal schnell. Egal, wie da jetzt die Preise sind, zahl ich nicht. Schauen wir gleich mal. Die sind nicht billiger, aber egal. Ich müssen jetzt dann bald tanken. Weil sonst... Das ist nicht so cool. Boah, ja. Jetzt ist es halt blöd. Ja. Okay, mach ich's? Ja, ich mach's. Vor allem, ich muss auch Diesel tanken. So, ja, so machen wir's. Ja, das reicht. Mehr brauche ich jetzt eh nicht mehr. Das kann er dann selber tanken. Finde ich es. Genau, sie werden durch meinen Arbeitgeber gedeckt. Keine Ahnung, wieso ich hier jetzt eigentlich blinke. Der übere hier war aber jetzt nicht so schön. Von der schmalen Straße auf die Breite. Ah ne, ich muss hier eh gleich rein. 20 Kilometer noch. Das haben wir bald. Ah, hier müssen wir eh gleich wieder abfahren. Ah, es sind wirklich mehr... Es sind mir ein bisschen zu viele Unfälle. Es ist ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber... Wenn man jetzt zu Urlaub fährt oder so zum Beispiel in die Berge oder so. Und ja, dann ist nicht so viel. Dann ist nicht so viel, ehrlich gesagt. So, hier einmal dann noch durch. 60 km. Also ja, heute fahr ich ja ganz schön, oder? Kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben. Wird mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Fuck off. So, hier geht's nach Wien oder nach Linz. Ich fahr mal nach Salzburg. Da, 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 da. Äh, ich bin ja schon in Salzburg. Das Gebäude da hinten, das sieht mir ähnlich, nach einem anderen Gebäude ähnlich aus. Aber die sind hier ja nicht alle realistisch die Städte gebaut. Und, äh, wurde eh schon in England verarscht von den... Ne, das war nicht in England, das war in Wien, wurde ich verarscht von den Apeln. Ja, wobei, sind das nicht eigentlich für die Straßenbahn air-Signale? Let's go. So. Uiuiui, ist gleich zu schnell. die ganz groß gebaut aus sonst sind die städte ja immer so klein weil ein graz graz ist die zweitgrößte stadt keine ahnung die grazer verkleinung so kurz wird das video ist dann doch auch nicht die zeit schon wieder haben die ja ich auch diesen den anderen vw halt also den größeren ich weiß nicht welches modell das ist eigentlich auch jetzt muss ich mich anstrengen so sieht die leitung wirklich in österreich aus genau der händler entdeckt ja also in meinem ersten video was katastrophäisch gefahren war im zweiten geht so und hier jetzt viel schöner so wo wir gibt sogar 90 ep oder so fahre zum verladen bereich und hier was war denn was sind die eigentlich so komische namen wie rt oder was soll das überhaupt heißen jetzt konzentration alle luxe an sich hier konzentrieren ich weiß es sieht nicht schön aus und es ist auch nicht realistisch wie ich ein paar aber was soll ich machen es ist halt so ein bisschen hauptsache ich schaff's und wir diese 90 erfahrungspunkte mache ich das sogar jetzt erst motor aus und absatteln und schützen wenn gesenkt leitungen gesenkt und satteln und das perfekt ja hier fortfahren kann ich hier noch irgendwelche sein kann ich nicht ja auf jeden fall dann hier fahrzeug browser und hier sehen wir dann hier gleich ein schönes fahrzeug ja das war es auf jeden fall mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen ja mehr gezeichnet zu sagen ich wünsche euch noch einen schönen tag nach wann ihr es immer anschaut ich habe mir meine bescheuert allerdings ist die puste abmoderation aber egal ja das war es mit diesem video ich hoffe ihr habt noch einen schönen tag und jetzt schauen wir dass wir genau 20 minuten zusammen bringen also tschüss tschüss